Er ist der schlechteste Mensch der Welt. Tja, wer ist das? Ja, ein bisschen ist es mal. Prost, den habe ich heute Nacht mal gegoogelt. Der ist ja komplett homophobisch. Der schimpft ja über den CSD, das ist ja nicht zu ertragen. Und ist auch so eine rechte Bazille. Und jetzt mit dem Stutti 21 hoffe ich einfach, dass der einfach gnadenlos untergehen wird am Sonntag. Ja, ich halte ihn nicht für den schlechtesten Menschen der Woche. Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja ganz andere schlechteste Menschen. Nein, ich will ja eins ergänzen. Aber Horst Mappus würde natürlich, Stefan Mappus würde natürlich zu Recht abgestraft. Denn es hat noch nie gegeben, dass ein Mensch so schnell vom Atomwolf zum Ökolamm mutiert. Und diese Geschwindigkeit ist einfach zu schnell. Darf ich schnell sagen, wer die schlechtesten Menschen für mich sind? All die, die Knut ausstopfen wollen. Doch, hallo. Nein, nein. Die ihm drei Frauen in den Käfig gesteckt. Die ihm drei Frauen in den Käfig gesteckt haben. Ja, das sind auch schlechte Menschen. Aber ich meine, falls Juppi Hesters mal in ca. 50 Jahren in die ewigen Jagdbründe eingehen sollte, musste er auch nicht mehr mit Körperwelten auf Tournee gehen. Okay.